Sie kommen aus der Mechanik-, Metall- oder Technikbranche und sehnen sich nach einem anspruchsvollen, abwechslungsreichen Job? Dann sind Sie bei der Firma Klatt in Neumarkt am Wallersee richtig. Ingenieur Peter Klatt hat das Unternehmen 1999 gegründet und sucht laufend gutes Personal für die verschiedensten Tätigkeiten im Bereich der Fördertechnik. Von der Planung und Konstruktion über die Montage und Inbetriebnahme bis hin zur Wartung. Dank eigenverantwortlichem Handeln leisten die Arbeitnehmer den größtmöglichen Beitrag zu einer sich ständig verbessernden Qualität. Eine teamorientierte Herangehensweise jedes einzelnen sowie regelmäßige Schulungen sind dabei von entscheidender Bedeutung. Ob Mechanikkonstrukteur, Layoutierer, Anlagendesigner, Metallfacharbeiter, technischer Sachbearbeiter oder Vertriebsassistent, bewerben Sie sich und werden Sie Teil des Teams. Mehrere Informationen erhalten Sie unter www.klatt.at. www.klatt.at.at.at.at.at.at. www.klatt.at.at.at.at.at.at. www.klatt.at.at.at.at.at.at.